Hallo, ich bin Ninke Bersch und habe an der Newcastle University und der University of Groningen meinen Doppelmasterabschluss in International Business Management und Marketing absolviert. Vor einem Jahr habe ich die Chance genutzt, im Rahmen eines Fellowships die Arbeit der Drögel Group kennenzulernen und im Anschluss direkt einzusteigen. Bei der Drögel Group erhält man von Anfang an verantwortungsvolle Aufgaben und ist unabhängig, ob Consultant oder Fellow ein wichtiger Bestandteil des Teams. Das hat mich überzeugt, auch danach weiterhin bei der Drögel Group zu bleiben, denn Selbstständigkeit und Verantwortung werden hier sehr groß geschrieben. Mein erstes Projekt war zweigeteilt. Einerseits hatte ich die Möglichkeit, in einem Team den Kunden bei der Implementierung eines ERP-Systems zu unterstützen und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Andererseits habe ich mein eigenes Teilprojekt betreut, in dem ich die Online-Marketingstrategie eines Kunden weiterentwickelt habe, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Visibilität am Markt zu erhöhen. Meine Kollegen prägt vor allen Dingen der Anspruch an ihre eigene Arbeit, nämlich immer 110 Prozent Qualität zu liefern. Dies bedeutet auch gelegentlich die extra Meile zu gehen. Darüber hinaus sind umsetzungsorientiertes Handeln und der Zusammenhalt unter den Kollegen das, was die Drögel-Mitarbeiter auszeichnet. Die Drögel Group bietet Neuansteigern hervorragende Chancen, sich persönlich und schnell weiterzuentwickeln. Wer von Anfang an eigenverantwortlich in einem tollen, leistungsstarken Team arbeiten möchte, an den Megatrends der Zukunft wie Demografie und Konnektivität, der ist bei der Drögel Group genau richtig und sollte sich bewerben. Wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, so lasst euch gerne, wie ich, von einem hoch anspruchsvollen und herausfordernden Fellowship bei uns überzeugen.